Radiosender Westi FM, Moskau, Mai 2016. Wir haben jetzt 16.34 Uhr in Moskau. Ich möchte die Zuhörer noch einmal daran erinnern, dass wir heute in der Sendung Alexej Fenenko zu Gast haben. Alexej Fenenko ist Historiker, Experte für Amerikanistik, Dozent an der Moskauer Staatsuniversität, MGU und hat einen Doktortitel in Geschichtswissenschaft. So, jetzt haben wir einige Themen der Vergangenheit besprochen. Man kann natürlich in dieser Sendung die Themen nicht ausführlich beleuchten. Dann lassen Sie uns doch noch eine Sendung darüber machen. Klar, das können wir machen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wenn wir eine Brücke aus der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen, denn heutzutage haben solche Länder aus dem Zweiten Weltkrieg, wie Japan und Deutschland, immer noch keine vollständige Staatssouveränität als direkt Folge des Zweiten Weltkriegs. Das ist wahr. Und diese Staaten sind in Wirklichkeit abhängig von den USA. Es gibt eine ganze Reihe von Gerüchten zu diesem Thema, wie zum Beispiel die berüchtigte Kanzlerakte und anderes. Zu Deutschland. Was können wir zu Deutschland in diesem Zusammenhang sagen? Was sind die Gerüchte und was sind die felsenfesten Fakten in Bezug auf Deutschland? Bleibt die Souveränität Deutschlands weiterhin eingeschränkt, oder? Ja, sie bleibt eingeschränkt. Mehr noch, einen Friedensvertrag mit Deutschland gibt es immer noch nicht. Wer hat keinen Friedensvertrag mit Deutschland? Alle. Alle Hauptalliierten haben immer noch keinen Friedensvertrag mit Deutschland. Auf diese Geschichte werde ich jetzt näher eingehen. In der Potsdamer Konferenz 1945 haben sich die Alliierten auf eine einheitliche Lösungsformel in Bezug auf das besiegte Deutschland geeinigt. Es sind vier D. Demilitarisierung, Demokratisierung, Denazifizierung und Demonopolisierung. Diese Vereinbarung zwischen den Alliierten sollte die Grundlage des zukünftigen Friedensvertrages mit Deutschland werden. Danach fand die Pariser Konferenz 1947 statt, wo jedoch der Friedensvertrag mit Deutschland von den Alliierten nicht unterzeichnet worden war. In dieser Konferenz haben die Alliierten die Friedensverträge mit ehemaligen Verbündeten Deutschlands unterzeichnet, mit Finnland, Italien, Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Die Unterzeichnung des Friedensvertrages mit Deutschland ist damals 1947 fehlgeschlagen. Seit diesem Moment waren die Alliierten in Bezug auf Deutschland untereinander nicht mehr einig. Das heißt, im Grunde genommen waren damals die Vereinbarungen von Potsdam 1945 außer Kraft gesetzt bzw. gebrochen. 1952 unterzeichneten die Westalliierten in Bonn den sogenannten Deutschlandvertrag, womit die Souveränität der BRD nur teilweise wiederhergestellt wurde, mit einer Reihe von Einschränkungen bzw. vorbehalten. Danach, am 12. September 1990 in Moskau, wurde der 2-plus-4-Vertrag unterzeichnet, der die Einzelheiten der Wiedervereinigung der DDR und BRD regelte. Der 2-plus-4-Vertrag heißt so, weil der Vertrag zwischen BRD und DDR und vier Hauptalliierten geschlossen wurde. Im Einzelnen waren das die UdSSR, die USA, Großbritannien und Frankreich. Die Regelungen des 2-plus-4-Vertrages waren folgende. Erstens, Deutschlands Souveränität wird vollständig wiederhergestellt. Damit wird Deutschland zum eigenständigen Subjekt auf der internationalen Bühne. Zweitens, die Vollmachten und Verantwortung der vier Hauptalliierten in Bezug auf ganz Deutschland werden damit vertraglich beendet und die Reste des Besatzungsstatutes werden hiermit beseitigt. Aber es bleiben weiterhin die vier Einschränkungen der deutschen Souveränität in Kraft, die noch im Deutschlandvertrag von 1952 durch Westalliierte festgelegt wurden. Erste Einschränkung, Verbot der Volksentscheide über militärpolitische Fragen des Landes. Moment mal, Sie wollen damit sagen, das deutsche Volk darf nicht darüber entscheiden, ob die US-Amerikaner in Deutschland militärisch präsent sein können oder nicht? Das bestimmen allein die US-Amerikaner? Dieser Punkt unterliegt der zweiten Einschränkung der deutschen Souveränität, nämlich nach dem 2-plus-4-Vertrag hat Deutschland kein Recht, den Abzug der ausländischen Truppen aus Deutschland zu verlangen bzw. zu fordern. Die Sowjetunion hat ihre Truppen aus der DDR freiwillig abgezogen, so haben wir entschieden, diese Entscheidung lag allein in unserer Macht, wir wollten das. Deutschland hat bis heute kein Recht, den Abzug der alliierten Truppen zu fordern, laut 2-plus-4-Vertrag. Übrigens, bis 1998 hatten die Westalliierten das Recht, die deutsche Regierung über die Bewegung der alliierten Truppen innerhalb Deutschlands nicht zu informieren. Wenn die US-Amerikaner ihre Truppen und Panzer zum Beispiel von Garmisch nach Rammstein verlegen wollten, brauchten sie die deutsche Regierung darüber nicht mal zu informieren. Nur 1998 haben die US-Amerikaner die Zustimmung erteilt, über die Bewegung ihrer Truppen in Deutschland die BRD-Regierung zu informieren mittels NATO-Strukturen. Erst im Jahre 1998? Die dritte Einschränkung der deutschen Souveränität, Deutschland wird verboten, außenpolitische Entscheidungen zu treffen, ohne es zuvor mit den Siegermächten abzusprechen. Übrigens, als Merkel im letzten Jahr 2015 anlässlich des 9. Mai-Feiertages Russland kritisierte, hätte Putin erwidern können, Frau Merkel, der 2-plus-4-Vertrag verbietet ihnen, die außenpolitischen Handlungen der Siegermächte zu bewerten oder gar zu kommentieren. Vergessen Sie das nicht. Aber Putin hat das nicht getan, weil, wie ich glaube, Putin hofft immer noch, Deutschland irgendwann auf die russische Seite ziehen zu können, wenigstens teilweise. Und die letzte, vierte Einschränkung der deutschen Souveränität durch den 2-plus-4-Vertrag verlangt, die Truppenstärke der Bundeswehr auf höchstens 370.000 Soldaten zu beschränken. Vor 1990 500.000. Auch bestimmte Arten der Militärtechnik bleiben durch den 2-plus-4-Vertrag weiterhin verboten. Diese vier Einschränkungen der deutschen Souveränität bleiben bis zur Unterzeichnung des Friedensvertrages in Kraft. Ein weiterer interessanter Punkt in diesem Zusammenhang, es werden keine Verhandlungen über den möglichen Abschluss des Friedensvertrages geführt. Sobald ein deutscher Verteidigungsminister den Friedensvertrag nur erwähnt, bleibt er in der Regel nicht lange im Amt. Wir machen jetzt eine kurze Pause für die Nachrichten, nachher reden wir weiter. Wir haben jetzt 16.47 Uhr in Moskau und wir setzen unser Gespräch mit dem Historiker Alexei Venenko fort. Er ist Dozent an der Fakultät für Weltpolitik an der Moskauer Universität MGU. Wir haben die reale tatsächliche Abhängigkeit Deutschlands von den USA besprochen. Ein sehr interessantes Thema, vor allem in Bezug auf die Gegenwart. Nach 1990 hat Deutschland schon einmal versucht, gegen die USA aufzulehnen. Das war 2009. Die Geschichte dazu war folgende. Am 5. April 2009 hat Obama eine Rede in Prag gehalten. Dort hat er sich für eine atomwaffenfreie Welt ausgesprochen. Die Deutschen haben darin sofort ihre Chance erkannt und der Bundestag hat kurz darauf eine Resolution verabschiedet, die die Empfehlung beinhaltete, die Atomwaffen der USA aus Deutschland zu entfernen. Das würde die Situation der Deutschen grundlegend verändern, wenn die US-Atomwaffen weg wären. Die US-Amerikaner haben sofort kapiert, was die Deutschen mit dem Abzug der US-Atomwaffen beabsichtigen. Denn hätten die USA ihre Atomwaffen aus Deutschland entfernt, hätten die Deutschen dann gesagt, es gibt jetzt keinen Atomschutz seitens der USA und deshalb brauchen die Deutschen eine eigene vollwertige Armee. Und die eigene vollwertige Armee der Deutschen wäre dann nur ein kleiner Schritt von dem Friedensvertrag entfernt. Die USA haben die Absichten der Deutschen erkannt und sofort die Polen und Engländer mobilisiert. Und die polnischen und englischen Regierungen haben erklärt, der Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland ist für sie nicht hinnehmbar. Also, als Ergebnis, haben die USA ihre Kontrolle über Deutschland noch weiter verstärkt. Am 22. April 2010 fand der NATO-Gipfel in Tallinn statt, auf dem beschlossen wurde, dass ab sofort ab 2010 der Abzug der US-Atomwaffen aus einem beliebigen NATO-Mitgliedstaat nur einstimmig zu erfolgen hat, das heißt nur, wenn alle NATO-Staaten das einstimmig bewilligen. Das heißt, die Deutschen dürfen nicht verlangen, die US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen zu lassen. Das müssen alle NATO-Länder einstimmig genehmigen. Es ist klar, dass weder die Polen noch die Tschechen das jemals zulassen werden. Das heißt, seit 2010 haben die Deutschen keine Möglichkeit mehr, den Abzug der US-Atomwaffen legal rechtlich zu bewirken. Das wäre eine weitere, fünfte Einschränkung der deutschen Souveränität. Nur wenn man den Inhalt des 2-plus-4-Vertrages versteht, kann man auch das Wesen der gegenwärtigen Außenpolitik Deutschlands verstehen. Aus meiner Sicht ist in Deutschland ein permanenter Kampf zwischen zwei Strömungen oder Parteien zu beobachten. Die erste Strömung bzw. Partei strebt eine Neuverhandlung des 2-plus-4-Vertrages an, ein Friedensvertrag und die Verwandlung Deutschlands in eine vollwertige Großmacht. Und das führt zur Freundschaft und zum Dialog mit Russland. Helmut Kohl und Gerhard Schröder sind typische Vertreter bzw. Anhänger dieser Strömung bzw. Partei. Deshalb haben sie den politischen deutsch-russischen Dialog gefördert, um auf dieser Grundlage die Regelungen des 2-plus-4-Vertrages in Zukunft zu überschreiten. Das galt besonders für die Politik von Gerhard Schröder. Und es gibt eine zweite Strömung bzw. Partei innerhalb Deutschlands. Ich bezeichne diese Strömung als kleinkariert oder provinziell. Diese zweite Strömung erkennt den 2-plus-4-Vertrag für ewig gültig an und sieht die Interessen Deutschlands mehrheitlich in der wirtschaftlichen Ausbeutung von Osteuropa, Polen, die Ukraine, das Baltikum und so weiter. Und das bedeutet automatisch Konflikt mit Russland. Und Merkel stellt den typischen Vertreter der zweiten Strömung-Partei dar. Ich bin mir unsicher, ob die US-Amerikaner Druck auf Merkel ausüben. Jedenfalls haben die USA begriffen, dass diese zweite kleinkarierte Strömung für die USA sehr nützlich ist. Die US-Amerikaner beherrschen die Kunst, Politiker dieser Art wie Merkel zu finden und sie zu lenken. Das ist unbestritten. Und das ist wichtig, dass wir jetzt dieses Thema ausführlich behandeln, weil in Diskussionen oft das Argument vorgebracht wird, Europa und speziell Deutschland sind nicht eigenständig. Worauf wiederum geantwortet wird, ist ja nicht wahr. Und ich danke Ihnen dafür, dass wir jetzt mit Fakten dieses Thema durchgegangen sind. Und noch ein weiterer Fakt ist... Überblick über die US-amerikanische Militärpräsenz in Deutschland. Die Vereinigten Staaten stellen mit ungefähr 42.000 US-Militärangehörigen das größte ausländische Kontingent in Deutschland dar. Gefolgt von Großbritannien mit 13.400 Militärangehörigen und Frankreich mit 1.623. Stand 2014. US-Stützpunkte gibt es in ca. 20 Orten. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Zum Stand vom 1. Januar 2011 waren den US-Streitkräften eine Gesamtfläche von 53.870 Hektar, was die Fläche des Bundeslandes Bremen bei weitem übertrifft, und 24.226 Wohnungen überlassen. Auf diesen Flächen befinden sich Kasernen, Flugplätze, Übungsplätze, Schießstände, Depots, Nachrichtenanlagen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Offizierscasinos, Hotels, Sportanlagen, Werkstätten, Panzerstraßen, Ein- und Verkaufseinrichtungen, Schulen, Kirchen, Apotheken, Kinos, Kindergärten sowie Friedhöfe. Zu den wichtigsten US-Hauptquartieren in Deutschland gehören unter anderem folgende. Hauptquartier der US-Gesamtstreitkräfte für den Aufgabenbereich Europa in Stuttgart-Veyhengen. Sondereinsatzkräfte auch in Stuttgart-Veyhengen. US-Gesamtstreitkräfte für den Aufgabenbereich Afrika in Stuttgart-Möhringen. Der US-Heeresstreitkräfte in Europa, Wiesbaden-Erbenheim. Und der US-Luftwaffe in Europa, Rammstein. Der US-Marine-Infanterie in Europa, in Böblingen. Bis 2005 waren auf dem US-Stützpunkt Rammstein und dem Luftwaffenstützpunkt in Büchel, beide in Rheinland-Pfalz, noch 150 US-amerikanische Kernwaffen stationiert. Heute lagern noch ca. 20 Sprengköpfe in Büchel. Dort trainieren deutsche Kampfpiloten bis heute den Abwurf der US-Bomben, den sie auf Befehl der USA ausführen müssten. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2. 6. Vielen Dank.